so eine kack runde ist richtig scheiße kommt gleich und töd dich bambi bambi wo bist du ich glaube ich weiß aber du bist weißt du nicht doch doch ich weiß genau du bist so dumm wären fast noch auf die zweite gelatscht ich bin ich schon noch Ich hab dich aber gefunden, Bambi. Mhm. Scheiße. Äh, ja, ich renn weg, tschüss, ich hab noch eine jetzt. Nein, oh. Ich bin über eine Mine von 4 gelacht. Zum Glück ist ein anderer Tag hier. Ich krieg dich schon noch Bambi, jetzt hab ich wieder 3 Herzen. Ah, oh Gott. Nein! Mann, welcher Wichser hat da eine Mine hingeworfen? Oh Gott, ich bin jetzt total nervös, Mann. Warum? Weil du mich töten willst. Ich hab dich schon gefunden. Ah, shit, Mann. Ich hab eine Granate geworfen und darum nicht gesehen, dass da eine Mine war. Ah, so... So eine Scheiße. Waren so Wichser, ey. Warum können die sich nicht verpissen? Boah, ich lass schon wieder über eine Mine, bin ich eigentlich verhindert? Vielleicht so ein bisschen. Aber nicht über eine von deinen, das war eine andere Mine. Oh. Das war jetzt... Ah. Was ist denn? Nix. Ich bin gerade... Action? Helgi. BVW. Ich dich hab einfach BD. Ja. Ne, ich geh auch nicht schön. Oh Gott. Ja, sehr gut. Nein. Nein, 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 nein. Als ob. So ein anderer Wichser hab ich fast getötet. Aber ich war noch der Grund, dich zu töten, wenn du gefällig stehen bleiben würdest. Ambi, komm hierher und stirb. Du warst Lars Killmann.